Spiele zu erdenken ist nicht halb so trivial, wie man gemeinen anlimmt. Dazu braucht man unter anderem Gehirnbindung aus Kautschuk. Gutes Aussehen, ein Lineal. Halt, stopp, letztes bitte streich dir. Wir nun gutes Aussehen reichen, doch mit neun von zehn Fällen ist davon auszugehen. Der Game-Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seine auch Charakter in ne dunkle Gasse schickt. Und dort relevante Items in der Mülltonne versteckt. Hum, 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 ha, 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 ha. Natürlich kommt es auch mal vor, in sehr seltenen Fällen, dass das sehr wohl so gewollt ist, die Idee dahinter Gold ist. Weil da ne Metapher hinter steht, an der wer lang gefeilt hat, mittels eines Lineals, doch gut aussehen. Ach, niemals hätte neun von zehn Fällen ist davon auszugehen. Der Game-Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seinen Hauptcharakter in ne dunkle Gasse schickt. Und dort relevante Items in der Mülltonne versteckt. Hum, 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 ha, 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 ha. Jetzt in Neun von zehn Fällen ist davon auszugehen. Der Game-Designer hatte keine besseren Ideen, wenn er seinen Hauptcharakter in ne dunkle Gasse schickt. Und dort relevante Items in der Mülltonne versteckt.